Moin Leute, am heutigen Tag schwingen wir uns auf unser Motorrad und zwar bei Trials Rising. Wir gehen auch direkt rein ins Game. Einige von euch kennen sicherlich die Trials-Reihe. Ich hab sie allerdings noch nie wirklich gezockt. Kurz zur Erklärung, wir müssen hier die verschiedenen Level in einer hoffentlich adäquaten Zeit schaffen. Wir können weder nach links und nach rechts lenken. Dafür... Als ob... Ich dachte, ich hau mich hier auf die Fresse. Sorry, kleiner Anfall. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir müssen die Level wahrscheinlich in einer bestimmten Zeit schaffen, ohne dass wir hier drauf gehen. Insgesamt sind die Level, zumindest so wie ich es jetzt hier sehe, sehr, sehr geil gestaltet, oder? Da oben läuft auch die Zeit ab. Ah ne, die läuft nicht ab, sondern das ist insgesamt die Zeit. Ich weiß nicht, ob wir hier ein Limit haben, wann wir fertig sein müssen. Sieht schon ganz geil aus. Es macht auch Spaß. Also ich hatte das Game mal vor... Er ist schon, glaube ich, geraumer Zeit mal bei den Pizza-Boys gesehen. Oh. Ah, ich hab's geschafft. Was? Kurz vor Gold? Silbermedaille. Ja, was ist gut, ist doch für's erste Level. Welcome to the University of Trials. My name is Professor Fat Shady. Ah, Professor Fat Shady. Okay. Ah, ja, ja, ich muss was lernen, ja. Finde ich gut. Da. Trials-Universität. Throttle Control. Ja, I'm controlling the Throttle. Ach so, ah, ja, ja, okay, okay, okay. Ich muss jetzt hier immer... Ja, zack, zack. Ich muss hier ein bisschen... Ich darf hier nicht so... Oh Gott! Ja, toll. Mal, komm, Paletto, Alter. Bam, was will er denn? Ich knall hier einfach durch. Der hat mir gar nichts zu sagen. Zack, Alter, so bin ich doch viel schneller. Na, vermutlich nicht. So macht man das, glaube ich, auch nicht. Zack, bin da. Ja, ich hab ein A. Und im Amerikanischen ist ein A, eine Eins. Danke. Stufenaufstieg. Alter, ich bin so klug. So, ich bin jetzt fertig mit dem... Ah, guck mal, ich musste die Ausbildung machen, damit ich jetzt hier dahin komme. Hä? Wie seid denn ihr? Sind das andere Spieler? Sind die mit mir hier drin? Ja, als ob. Sind das Leute, die online jetzt mit mir fahren oder was? Guck mal hier, aber keiner von denen... Oh, trau sich den Frontflip zu machen. Ich bin gar nicht so schlecht, Leute. Ich bin gar nicht so schlecht. Da ist nur einer vor mir. Der macht hier einen kleinen Frontflip, der Angeber. Scheiße! Plus fünf Sekunden, weil ich mich hingemault habe. Nur weil ich den einen Typen beeindrucken wollte. Den ich nicht mal kenne. Aber hier mache ich trotzdem ein. Hier geht es aber schon wieder. Oh, let's go. Alter. Jo, was ist denn hier? Bitte! Oh, nein. Aua. Okay, ich weiß nicht, wie das jetzt... Da vorne ist einer. Der ist vielleicht auch gestürzt. Und rein. Bam, let's go. Ne, das will ich nochmal machen. Ne, mit Bronze. Ja. Nehme ich Bronze? Ich bin zumindest drinnen geworden. Boah, der eine ist da in 37 Sekunden durch. Junge, what? Kämpfe ich jetzt mit denen auch weiter? Oder war das jetzt nur eine? Ah ja. Okay. Können wir weitermachen? Da war irgendwas mit so einem Helikopter. Das sind jetzt aber noch andere Leute. Oh, let's go. Jo, warte. Ganz langsam am Anfang, glaube ich. Genau, damit man... Ja, hier möglichst viel Boden konnte. Oh, ja. Ne, aber die anderen sind ja viel schneller. Es wäre doch besser gewesen, am Anfang zu ballern, oder was? Jo, okay. Wir ballern weiter. Ja, jetzt hier rein. Let's go. Komm, wir sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, kleiner Frontflip. Und weiter. Ah, da haben wir ein bisschen Zeit verloren. Komm. Der eine ist bestimmt schon wieder mega weit vorne. Ah, ich darf mich nicht zu weit nach hinten lehnen. Ich muss dann immer ganz gut manchmal ballern. Ja, jetzt hier. Ja, perfekt. Und dann, genau, ein bisschen nach vorne lehnen. Weil ich lehne mich zu weit teilweise nach hinten. Perfekt, komm. Diesmal muss Silber noch mal drin sein. Und da ist das Ziel. Let's go. Und? Wieder der dritte Platz. Aber was hätte mir denn eine 1,06? Wir dürfen, wir müssen uns mehr konzentrieren. Aber der eine wieder mit der in 50 Sekunden durch. So, was haben wir jetzt? Was ist das hier noch? Yellowstone. Komm, Yellowstone. Da ballern wir jetzt mal den zweiten rein. Den zweiten Platz. Erster. Die Zeiten sind immer zu sick. Aber ich glaube, dass man so eine Silbermedaille sollte man eigentlich wieder hinbekommen. Go, go, go. Alter, die anderen gönnen sich. Nee, nee. Ich mache jetzt mal keine Stunts, keine Tricks. Ich gucke jetzt hier einfach mal, dass ich es irgendwie schaffe, möglichst gut durchzukommen. Oh, ja, die beiden. Ja, macht ruhig ihr eure Frontflips. Ist schön für euch. Paletto bleibt solide, Alter. Oh, komm. Ja, ja, ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, komm. Komm, 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 komm. Keine Fehler. Oh, es sah zumindest gut aus. Komm, weiter. Wo ist denn endlich mal das Ziel? Schöner Sprung. Schöner Sprung. Meinetwegen kann jetzt ungefähr das Ziel kommen. Hätte ich überhaupt nichts gegen. Oh, mein kleiner Lubing. Ja. Oder eine. Nein. Oh, ich habe mich gerade noch so gefangen. Alter Schwede, das war knapp. Ey, ich muss sagen, es ist schon... Es macht schon echt Bock. Vor allen Dingen auch, wie es in Szene gesetzt wird, ist halt echt geil. Ich bin ein Friggen Explosions. Ja, okay. Und jetzt einfach nur durch. Einfach nur durch. Jawohl. Jawohl, jawohl, komm. Oh, let's go. Alter. Das war dieses Mal richtig gut. Stufen aufstehen. Was ist denn Ausstattungskisten? Was kriege ich jetzt? Eine Pilotenjacke. Ja, danke. Oh, neuer Sponsor freigeschaltet. Aber was ist das denn jetzt? Okay. Das sieht ziemlich geil aus. Canyon Cache. Ah, Crash. Ziele. Beende diese Strecke. Okay, wir dürfen unseren Sponsor nicht enttäuschen. Und. Oh, ja. Oh, ne. Jetzt nicht übertreiben. Versucht, das Ding einfach nach Hause zu bringen. Also, mindestens Dritter werden. Seh dir das? Die machen mega die Stunts. Junge, chillt mal. Oh, ja. Ich glaube, wir sind aber aktuell zwei da. Wow. Alter, ich habe mich wirklich gerade ein bisschen erschreckt. Alter. Geht aber schon ganz gut ab. Oh, ja. Da kommen wir auch wieder gut. Aber für die Goldzeit da vorne reicht es momentan noch nicht. Ja, ja. Du musst nicht so schreien. Wir müssen jetzt den Typen da irgendwie einholen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das ganz genau machen sollen. Weil der ist schon echt. Der hat sich ein bisschen was. Ah, Mist. Komm, 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 komm. Fahr, fahr, fahr. Da ist das Ziel. Zumindest Silber. Tschüss. Okay. Reicht mir. Vor allem, weil das ja so ein Sponsorenrennen war. Stufenaufstieg. Let's go. Na, wir haben nur zwei Sekunden dahinter. Auftrag abgeschlossen. Danke. Oh, und jetzt Light Camera Action. Werde ich da gefilmt, oder was? Abschließen in unter 1,40? Okay. Sponsor. Ich werde dich stolz machen. Ah, wir sind irgendwo in L.A. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Wahrscheinlich irgendwo Hollywood Studios. Oh, nee. Oh, ja. Schakalaga. So, wird da irgendwo Herr der Ringe? Ah, nee, Herr der Ringe wurde ja in Dingens. Wurde ja gar nicht irgendwo in Los Angeles gedreht, sondern in Neuseela. Junge, was ist denn hier los? Alles klar. Okay. Die anderen sind schon ziemlich weit vorne. Die muss ich doch irgendwie noch mal einholen können. Aber die leisten sich keine Fehler. Jo. Hahaha. Es ist, ey, sorry. Aber es ist schon einfach extrem geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. Oh, wir schaffen es. Alter, als ob wir haben die ja mega zerstört, die Zeit. Junge, was ist los? Es war aber mal eine dicke, fette Goldmedaille. Das ist ein Stufenaufstieg. Bam, 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 bam. So, was habt ihr jetzt für mich? Auftrag abgeschlossen, wie im Film, ja. Ah, direkt noch mal. Oh, was ist das denn jetzt lächeres? Okay, du hast das Stadion freigeschaltet. Übe jetzt rennen, damit du in die nächste Liga aufsteigen kannst. Oh, Ubisoft als Sponsor. Ja, danke. Schulhofrauferei. Was muss ich denn jetzt hier? Ah, da fahre ich. Alter. Direkt so nebeneinander, oder was? Vier gegen vier? Nee, 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 nee. Es ist schon insgesamt acht Leute jetzt da. Top vier erreichen ist unser Ziel. Als ob, wie cool. Okay, wir müssen irgendwie in die Top vier, Leute. Oh, komm, komm, komm. Ich will es nicht verkacken. Ich will euch nicht enttäuschen, Leute. Taledo, du musst, du musst, oh ja, der eine ist hingefallen. Let's go, momentan Top drei. Jetzt ein kleiner Looping. Genau, immer noch gut halten. Alter, als ob. Wir sind gerade auf Position eins. Jetzt nichts, ah, jetzt nicht nervös werden. Ja, der andere zieht ganz gut vorbei, glaube ich. Das ist das Ziel. Eins ob, let's go. Position eins. Ja, gucken wir doch hier mal. Du hast einen Auftrag. Klopf, klopf. Ziel nicht mehr als acht Fehler. Hä, aber was ist denn ein Fehler? Ist ein Unfall ein Fehler? Ja. Aber wie sehen denn die anderen aus, die hier mitfahren? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was als Fehler zählt. Hoffentlich einfach nur ein Unfall. Weil ansonsten mache ich, glaube ich, in dem Game ziemlich viele Fehler. Oh, nee. Was war das denn mit der Bremse? Warum, warum, warum musste ich denn? Ach so. Ja. Okay. Weiter. Ah, das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da muss ich vielleicht ein bisschen auf die Strecke auch achten, wenn die mir sagt, jo, Kollege, bremst vielleicht mal. Dass wir das auch machen. Aber ansonsten kennen wir ja nur Knallgas. So, wieder bremsen. Ja, äh, äh, äh. Okay, okay, okay. Wann darf ich? Ah, hier wieder. Okay. Die anderen sind schon so weit weg. Aber egal. Wir müssen ja, wir müssen ja unsere Sponsoren hier glücklich machen. Nicht mehr als... Au, was war da für eine Abrisskugel? Vielleicht zumindest dritter. Dritter Platz wäre natürlich auch geil. Aber ich sehe halt die anderen auch null. Oh ja. Das war jetzt, glaube ich, ganz nice. Da hatten wir ein gutes Timing. Abgeschlossen, bitte. Als ob sogar noch... Aua. Silber. Und rein in den schönen Schmodder. Jawohl, Level 10. Was los? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwie gar nichts schaffen. So, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von Trials Rising. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, schreibt... Äh, lasst einen Like da und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier ist auch der Team Palutenkanal. Weitere Videos schaut dort überall gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.